Schon wieder gibt es einen neuen Snapshot und zudem noch einige Secret Features. Hinzugefügt wurden nun endlich die neuen Schilde, die genau dieselben Muster haben können wie ein Banner. Entfernt wurde daraufhin allerdings das Blocken mit dem Schwert. Um Schaden zu reduzieren, muss man nun also am besten das Schild mit F auf den Offense Slot setzen und kann dann weiter mit einem Rechtsklick blocken und das nun auch, wenn zum Beispiel eine Spitzhacke in der Mainhand ist. Nimmt man in beide Hände ein Schild, blockt man im Rechtsklick mit beiden Schildern. Gecraftet werden die Schilder, indem man den Rand vertikal mit Wolle, die Mitte vertikal mit Holzbrettern und die übrigblende Seite mit einem Eisenbarren füllt. Um mit einem Schild Schaden zu reduzieren, muss man beim Blocken in die Richtung des Angreifers blicken. Blocke ich also, während vor mir ein Creeper steht, wird der Schaden extrem stark reduziert. Kommt er jedoch von hinten, ist das Blocken wirkungslos. Stecke ich den Creeper mit Slash Scoreboard Teams Join in ein Team, wird im Chat außerdem seit neuestem angezeigt, dass ich von einem Creeper in der entsprechenden Teamfarbe getötet wurde. Gebe ich einer Entität zudem einen Custom Name, wird sich dieser Name ebenfalls dementsprechend färben. Praktisch für den Survival Mode ist nun auch, dass man auf einer Falltür, die sich über einer Leiter befindet, flüssig hochklettern kann und nicht mehr mühsam die letzten Meter springen muss. Die Beacons auf den Endschiffen wurden des Weiteren durch ein Hopper ersetzt, in dem sich ein Buch befindet, in dem der Entwickler Sart schreibt, dass an dieser Stelle noch etwas eingefügt wird. An der Spitze des Schiffes befindet sich nun außerdem ein Drachenkopf. Man kann übrigens das Icon einer Welt auch benutzerdefiniert einstellen, indem man einfach eine PNG-Datei mit 64x64 Pixeln unter dem Namen Icon in den Weltenordner einfügt. Klickt man bei einer Welt auf Edit, kann man das Icon zudem zurücksetzen oder direkt in den Ordner in der Welt weitergeleitet werden. Abschließend wurde nun endlich auch der Bug gefixt, dass mit der Größe kleiner Taste Screenshots erstellt wurden.